Schaut mal, das Meer hat farbige Ringe angespült. Welche Farben haben sie? Grün, Orange, Lila, Rosa, Weiß, Blau und Gelb. Die Farben sind sehr schön. Die Farben sind sehr schön. Die Farben sind sehr schön. Musik Schaut mal, der Traktor hat einen Mast gefunden. Er möchte ihn in seinen Anhänger laden. Bagger, kannst du uns bitte helfen? Musik 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 Lasst uns den Mast abladen. Musik Dankeschön, Traktor. Musik Oh, das Meer hat noch einen Ring angespült. Musik 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 Den nehmen wir auch. Musik Der kommt hier hin. Jetzt können wir die Ringe auf den Mast stecken. Musik Weiß Musik Lila Lila Musik Dunkelblau Musik Orange Musik Gelb Musik Grün Musik Blau Musik Musik Und rosa. Musik Musik Welchen dieser Bälle sollen wir auf die Spitze der Pyramide setzen? Musik 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 Den gelben? Musik Nein Musik Den grünen? Musik Nein Musik Den grünen? Musik Den roten? Musik Ja Lade ihn in deine Schaufel! Musik 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 Lass uns die Farben gemeinsam aufsagen. Rot, Rosa, Blau, Grün, Gelb, Orange, Dunkelblau, Lila, Weiß. Und nochmal, Rosa.